Nach dem zweiten Gang dürfen wir euch die sieben wunderbaren Lebendpreise vorstellen, inklusive dem Schönschwingerpreis. Und für das wird aus Sicherheitsgründen der Schwingsport für einen Moment unterbrochen. Ihr dürft euch aber freuen auf wunderschöne Tiere. Auf Platz 1 seht ihr eine Spitzenpaarung zwischen Sempav Thomas und Planer Matthias. Siegerplatz ist Planer Matthias. Applaus